Katsun ist überhaupt... Was hast du gemacht? Jetzt geht es gar nicht mehr los. Uh, er bewegt sich. Asphaltier? Keine Strasse? Du musst einfach richtig hochfahren. Ich spüre mal, wie ist das so witzig. Kannst du's verbinden. Du bist nicht mehr in meinem Radius. Du musst da hochfahren, Alter. Scheiße. Du bist immer noch nicht im Radius, du musst da weiter. Du bist nicht mehr in meinem Radius. Ah, doch, bei dir geht's schon. Ich war ne Mann. Oh, das passiert nichts. Mein Auto zieht sich nur durch drumrum. Wette deins. Wette. Gleich oben wollte ich grad sein. Weiter. 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 Das ist so lächerlich. Oh mein Gott. Das ist nicht so geil. Kann ich am Motor aufstehen? Nein. Genau was. J간�aros ... Jrägat Vang